Hallo YouTube, herzlich willkommen zu eurer Ausblick-Folge. Wir schauen uns die FR-25 an, die jetzt als Testschiff bei mir hier im Hafen liegt. Ein T7-Zerstörer der italienischen Marine, die Premium-Version sozusagen. Wir wollen uns das Schiff mal ein bisschen genauer angucken. Moin Seekräuter, moin Wohnzimmer, Kapitän. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der Vorstellung der FR-25. Wir wollen das erste Mal so ein bisschen unter die Haube gucken, aber zuallererst gehen wir so ein bisschen auf die Geschichte ein. Es wird ja demnächst wahrscheinlich den Vorabzugang zu den italienischen Forschungsbaum-Zerstörern geben. Und da braucht WG wahrscheinlich wieder einen Premium-Schiff, was sie im Zeitrahmen dann releasen und zur Verfügung stellen, erspielbar machen, wie auch immer. Und das wird wahrscheinlich, meine Vermutung, die FR-25 werden. Geschichtlich gesehen ist da wieder einiges an Fantasie von Wargaming eingeflossen. Und Chronogramm hat mir wieder geholfen, hier so ein bisschen Licht in die Geschichte zu bringen. Ich zitiere ihn jetzt mal. Die FR-25 ist etwas merkwürdig, denn es existiert kein Schiff namens FR-25. Es stimmt allerdings, dass vier Zerstörer der Jepar-Klasse, die Jepar, die Verdun, die Leung und die Valmi, nach ihrer Selbstversenkung von Italien gehoben wurden. Zwei davon, Lion und Valmi, wurden danach repariert, wobei dieser Vorgang bei Lion zu diesem Zeitpunkt unter dem Namen FR-21 aufgegeben wurde. Allein Valmi wurde als FR-24 wieder in Dienst gestellt. Er schreibt dann weiter, ich weiß jetzt halt nicht, ob das ein Fehler bei WG war oder ob sie eine fiktive Rekonstruktion einer der anderen beiden Zerstörern, Jepar oder Vedan, darstellen wollen. Und jetzt gucken wir mal, was Wargaming hier geschichtlich dazu schreibt. Sie schreiben hier, der Schiff wurde wohl 1929 in Dienst gestellt, Schiffe in einer Serie 6. Dieser Zerstörer der Jepar-Klasse war ursprünglich für den Dienst in der französischen Marine vorgesehen. Die Flageschütze wurden mit solchen italienischen, solcher, da steht solchen, solcher italienischer Bauart ersetzt. Ja, das ist die Geschichte mehr oder weniger zur FR-25. Also teilweise was wahres dran. Ich denke, dass sie hier einfach die Rekonstruktion nach dem Heben eines anderen Zerstörers nachstellen wollen. Und jetzt wollen wir mal gucken, man erkennt, finde ich, sofort, wenn man die Optik so sieht, es ist ein französischer Zerstörer, der hier bloß im Vordeck die roten, weißen Streifen hat, um daran zu erinnern, ey, ich bin eigentlich ein Italiener. So ungefähr fühlt sich das für mich an. Aber wir gehen jetzt mal ins Close-Up hier rein und sehen hier vorne so nette Kettchen, als ob damit irgendwann angehoben werden sollte. Vielleicht irgendein Schiff, was hier an der Seite als Beiboot liegt oder so. So, das könnt ihr mir vorstellen, aber auf jeden Fall hier auf jeden Fall schon wieder ganz viele Details mit dabei. Die ganzen Nieten, der ganze Dreck an Bord und so weiter. Oft hat man hier auch so Bereiche, die so Pfützen-mäßig dann dargestellt werden. Feuchte Flecken, aber hier ist es eben jetzt eher der Schmutz. Ist auch ziemlich verrostet, das ganze Modell hier. Man merkt halt, dass das ein älteres Schiff ist. Das wird auch so dargestellt, finde ich. Ja, dann haben wir hier vorne zwei Geschütztürme, Einzelrohr, 139 Millimeter übrigens. Das hat man dann von den Franzosen logischerweise mit übernommen, die ja sowieso ein relativ großes Kaliber haben. Hier ist der Signalkasten. Cool, dass sie den mal so dargestellt haben. Fällt jetzt kein anderes Schiff ein, wo das auch so modelliert wurde oder ist. Die Brücke, wenn gerade keine Kampfhandlungen sind, hier wahrscheinlich die Brücke mit Kampfhandlungen oder so. Können wir gerade mal schauen. Das gibt hier keinen separaten Bereich dafür, okay. Bei vielen anderen Schiffen ist es ja so, dass da ein separater Panzerungsbereich ist. Logisch, bei Zerstörern ist das dann nicht so. Dann haben wir hier die Beibote und den ersten Torpedowerfer, Drilling. Und hier kommt dann der zweite Drilling mit französischen Torpedos, denke ich. Und dann haben wir hier ein Geschützturm und noch zwei weitere, also insgesamt fünf Einzelrohre an Bord von der FR-25. Da gibt es bestimmt auch eine spezielle Bezeichnung für, wie man diese Tecken nennt, wenn das sich so ein bisschen verjüngt nach oben hin. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, bin ich gespannt. Ihr habt da ja immer sehr, sehr viel mehr Ahnung als ich, wie man die ganzen Marinebegriffe so alle nennt. Da bin ich nicht so bewandert, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und, aber ansonsten kann man sagen, sieht wieder super fertig modelliert eigentlich schon aus. Also ich sehe jetzt hier nicht, dass da noch irgendwo Sachen fehlen oder kommt mir irgendwas komisch vor dabei. Da hatten wir schon ganz andere Schiffe in der Vergangenheit hier mal vorgestellt. Ja, das war einmal der Rundgang um die FR-25 und jetzt gucken wir uns gleich mal die Panzerung an. Bei der Panzerung können wir ja eigentlich gar nicht so viel Neues sagen, denn es ist eine typische Zerstörer-Panzerung für T7-Zerstörer. Wir haben 16mm Rumpf-Panzerung und hier 10mm Aufbauten-Panzerung. Keine Zitadelle mit dabei oder sowas oder eine verstärkte Panzerung in der Mittelsektion ist hier alles nicht. Von daher können wir uns den ganzen Bereich auch mehr oder weniger sparen, weil die Zerstörer oder dieser Zerstörer genauso empfindlich sein wird, wie alle anderen Zerstörer im Game auch. Vielleicht kann man hier erwähnen, dass der relativ lang ist im Vergleich zu anderen Zerstörern und damit wahrscheinlich auch ein bisschen leichter zu treffen sein wird. Bei der Überlebensfähigkeit haben wir hier 19.000 Trefferpunkte zu Buche stehen. Es gibt nicht wirklich viele Zerstörer, die mehr haben auf der Stufe 7. Die Z39 zum Beispiel fällt mir noch ein, die da 600 Punkte mehr hat, glaube ich. Und es mag sein, dass es noch ein, zwei weitere gibt, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber die meisten Zerstörer auf T7, die haben weniger Trefferpunkte als wir. Und dann kommen wir schon zur Artillerie, was hier sicherlich eine der Punktstücke sozusagen des Schiffes ist. Wir haben hier fünf Geschütztürmer im Rohr mit 139 Millimeter. Eine Ladezeit von mittelmäßigen bis schlechten 6,6 Sekunden, also schon relativ langsam. Nur die japanischen DDs sind dann noch langsamer. Akazuki, die braucht siebeneinhalb Sekunden roundabout. Ja, also da liegen wir noch ein Stückchen zurück, aber die 180 Grad Kehre ist hier sportlicher mit 15 Sekunden und wir haben eine Kampfreichweite von 12,7 Kilometer, was sehr ordentlich ist und meiner Meinung nach die Last in Richtung Gandhi, den nochmal ein bisschen stärkt. Dann haben wir hier einen HE-Schaden von 2000. Das ist vorderes Mittelfeld, Sechstel Penn, aber nur 700 Meter die Sekunde. Und in Verbindung mit dem Geschossgewicht, weil wir ja 139 Millimeter Granaten verschießen, damit ein relativ großes Kaliber für Zerstörer und der langsamen Bindungsgeschwindigkeit wird die Schussbahn sicherlich doch relativ orbital sein, zumindest für meinen Geschmack. Und dann haben wir, zu meiner Überraschung, SAP-Granaten dabei, weil wir haben ja eigentlich häufig, dass WG was anderes macht mit einem Premium-Zerstörer gegenüber dem Forschungsbomb-Zerstörer. Ihr könnt jetzt gedacht, dass hier vielleicht dann doch AP mit dabei ist, aber tatsächlich SAP, 2700 Alpha Damage, das heißt mit jeder Penetration bleiben 900 Schaden bei einem gegnerischen Zerstörer kleben. Bei 5 Granaten ist das also auf jeden Fall eine ganz ordentliche Schlagkraft und erklärt auch so ein bisschen, warum die Ladezeit dann so lang ist, weil wir eben hier SAP dabei haben. Der Penn von 39 Millimeter mit der SAP ist richtig stark aus meiner Sicht, weil selbst auf T8 und T9 gefechten wir damit Schiffe am Bug- und Achterdeck ohne Probleme penetrieren können. Auf dem Deck von amerikanischen Schiffen kommen wir durch, die haben nämlich 38 Millimeter und wir haben dann auch natürlich die Franzosen und die Briten, die 32 Millimeter durchgehend haben, wo wir ohne Probleme durchkommen und das gibt uns eine ganze Menge Schadenspotenzial aus meiner Sicht. Ganz kurz zu den Winkeln, denn die Winkel sind hier verbessert bei der SAP Granate. 0 bis 10 Grad, keine Penetration, ihr seid, ihr würdet overmatchen und von 10 bis 20 Grad Chunks auf Penetration oder eben Abpraller, das ist alles in allem 5 Grad besser als das, was der französische, ach, der italienische T7 Zerstörer hier, die Tarigo hat. Die hat nämlich 0 bis 75 Grad und dann von 75 bis 65 Grad die Winkel. Dementsprechend sind wir hier 5 Grad besser und können halt aus dem spitzeren Winkel immer noch vernünftig penetrieren. Gut, das war die Hauptbatterie und dann kommen wir zu den Torpedowerfern. Wir haben hier Mitschiffs angebracht, zwei Dreifach-Torpedowerfer und die haben 8 Kilometer Reichweite. Jetzt gucke ich gerade mal, wie die Verborgenheit hier ist. Da haben wir standardmäßig 7,2. Das heißt also, wir können schon, ohne dass wir hier eine Tarnung drauf haben und bei dem Kapitän Tarnung geskillt haben, verdeckt torpedieren. Das ist nice, allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, gerade wenn wir dann T8, T9-Gefechte haben, dann müssen wir schon ganz schön deutlich in die Radarreichweite der Schiffe da rein. Mit den 8 Kilometer herum sägt das jetzt nicht als Hauptbewaffnung. Das nutzt man mal, ohne Frage. Oder gerade wenn man im Gunfight vielleicht mit einem DD ist, der dann sich genebelt hat oder irgendwie sowas, wenn man da nochmal ein paar Torps hinterher schickt. Aber ich sehe das jetzt nicht als absolute Hauptbewaffnung. Nichtsdestotrotz, wir haben hier 14.833 Alpha Damage. 68 Knoten ist wirklich eine ordentliche Geschwindigkeit. Nur mal by the way, um das so ein bisschen einzusetzen. Das wird eine Reaktionszeit von 7,9 Sekunden ermöglichen. Ja, also der Torpedo geht nämlich 1,4 Kilometer weit auf. Im Moment haben wir fast 8 Sekunden, wenn wir der Gegner sind sozusagen, bis wir, wenn wir den Torpedo sehen, dann entsprechend zu reagieren. Übrigens, die Chance auf Flutung beträgt 246 Prozent Vanilla, ohne Signale und so weiter. Da können wir sicherlich noch ein bisschen dran skillen, wenn wir das wollen. Aber ja, wie gesagt, ich sehe es eher als so Zweitbewaffnung. Das ist eigentlich jetzt mal kein typischer Torpedo DD, aus meiner Sicht erstmal. Dann haben wir Wasserbomben dabei, zwei Ladungen. Jede Ladung macht sechs Bomben ins Wasser sozusagen. 2400 Alpha Damage ist jetzt nicht gerade besonders viel. Und jetzt sind auch nicht gerade besonders viele Bomben, muss man sagen. Da gibt es definitiv Zerstörer, die dann nachher deutlich mehr runterrollen hinten vom Deck. Da muss man dann schon aufpassen, dass das Deck nicht aus dem Wasser springt, wenn die Bomben alle runterrollen. Ja, ist ein kleiner Scherz, aber hier ist es halt relativ wenig. Dann haben wir eine Flugabwehr. 127 Kontürlicher Schaden, aber nur eine Reichweite bis dreieinhalb Kilometer. Der Schaden Mittelstrecke ist ordentlich. Und das ist ja dann der erste Bereich, der dann auch gleich wirkt. Von daher, damit kann man arbeiten. Auf T8 und 9 Gefechten macht sie trotzdem immer aus und schaut, wann es denn Sinn macht, dass man die benutzt. Vielleicht als Support für den Kreuzer, der sowieso in der Nähe ist oder so. Nur dann ja, aber es ist kein richtiger Flak-Zerstörer hier. Dann geht es weiter mit der Manövrierbarkeit. Wir haben hier 36 Knoten und keinen Motorboost beim Verbrauchsmaterial hier mit dabei. Dementsprechend sind wir zwar von der Basisgeschwindigkeit her gar nicht so schlecht aufgestellt, aber viele Zerstörer fahren uns dann nachher doch mit Motorboost davon. Bei 690 Meter Wendekreis, da haben wir so eher so ein russisches Gefühl, wie bei einer Minz zum Beispiel. Die hat auch so einen Wendekreisradius. Und damit sind wir entsprechend relativ träge. Ruderstellzeit 4,4 Sekunden ist auch eher ein träge und nicht bewegliches Schiff in dem Sinne. Macht auch die Länge, muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke, dass das sehr ähnlich wie bei den Franzosen sein wird. Ist ja ursprünglich ein französisches Schiff. Das wird sich da wahrscheinlich dann weiter fortsetzen. Ja, Erkennbarkeit zu Wasser, hatte ich schon gesagt. 7,2 Sekunden und aus der Luft dann 3,6 Sekunden. Ich skill jetzt kurz das Schiff und dann gucken wir uns die Werte nochmal an und sehen, was wir so erreichen können. Oh, mein Bild sieht wie folgt aus. Ich habe jetzt hier erstmal die Verbrauchsmaterialien mir angeguckt. Wir haben hier einen Abluft-Nebelerzeuger dabei. 34,5 Sekunden Dauer. Das ist also der, der dafür sorgt, dass wir bei voller Geschwindigkeit im Nebel verschwinden können. Und das ist ein relativ nettes Tool. Man muss sich halt vorstellen, so wie ich davon aus, dass die FR-25 ein Gun-D-D ist. Und zwar so ein bisschen den französischen Charakter hat, mit möglichst hoher Geschwindigkeit über die Distanz dann schießt. Ja, hier haben wir jetzt nur 12,7 Kilometer. Da muss man mal gucken, ob ich das später dann nochmal anders skille mit mehr Reichweite eventuell. Aber dass wir damit quasi arbeiten und wenn wir uns dann zugehen lassen wollen, weil wir uns irgendwie verschätzt haben, was übersehen haben, dann können wir mit dem Abluft-Nebelerzeuger uns halt gut verkrümeln. Und wir haben ein Schadensbegrenzungsteam dabei. Hier dann standardmäßig 40 Sekunden Ladezeit. Hier durch meine Skillung jetzt schon 38. Darum bin ich hier auch auf Antriebsmodifikation gegangen, um mit dem Gast ein bisschen spielen zu können und besser dann wieder zu beschleunigen. Zielsystem-Modifikation für mehr Genauigkeit der Hauptgeschütze und Schutzsystem für Manövrierbarkeit. Und Hauptbewaffnungsmodifikation ist ja für Zerstörer mehr oder weniger normal. Diese Geschichte mit Magazin-Modifikation macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Einfach deswegen wollen wir eine Signalflagge haben, die uns 100% davor schützt. Und deswegen baue ich dieses Modul quasi nie ein. Dann kurz zu meinem Kapitän. Ist eigentlich keine große Überraschung. Präventive Maßnahme ist, denke ich, Standard. Genauso wie mit letzter Anstrengung, damit wir eben weiter manövrieren können, auch wenn der Motor und das Steuergetriebe ausgefallen ist. Und dann gibt es expertelle Überlebensfähigkeit, was einfach 150 Trefferpunkte pro Schiffstufe obendrauf bringt. Das sind dann am Ende 21.450 Trefferpunkte. Tarnungsmeister bringt uns runter auf 6,3 Sekunden in Verbindung mit dem Tarnanstrich. Ich skille hier den Raufbold, weil wir nicht die ganze Zeit im Nebel unterwegs sein können. Dadurch hat er ein Abluftnebelbezeuger, der eine relativ kurze Arbeitsdauer hat. Und deswegen will ich dann meine Nachladezeit reduzieren um 10%, wenn wir offen sind. Also wenn das Schiff entdeckt ist, bringt uns dann auch was direkt im Gunduell zum Beispiel. Und dann hier Hauptbatteriespezialist und Adrenalinrausch. In Summe habe ich dann standardmäßig 6,3 Sekunden und komme dann halt nochmal 10% runter mit dem Raufbold, bin ich bei 5,7 Sekunden über den Daumen. Und damit kann man schon ganz ordentlich arbeiten. Denke ich zumindest, wenn wir Trefferpunkte verlieren, dann reduziert sich die Ladezeit ja noch weiter. Und dann natürlich den Elite-Schützen, ehemals, jetzt heißt es ja läuft wie geschmiert, dann kommen wir hier auf 13 Sekunden Turmdrehdauer. Damit sollten wir dann arbeiten können. Bei den Signalen gibt es keine große Überraschung. Die beiden Brandflaggen natürlich dazu. Gleichzeitig wird noch ein bisschen die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit der Torpedos nach oben gepusht. Ja, ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Antideto-Flagge, das, was eben dazu gehört. Und der Nebelerzeuger wird hier verlängert mit X-Ray Papa Una One. Ja, was kann man so sagen? Für mich ist es ein französischer Zerstörer im italienischen Schaßpelz oder irgendwie sowas. Wir haben sehr viele Trefferpunkte. Wir haben aber nicht so eine hohe Geschwindigkeit wie bei den Franzosen. Da muss man mit arbeiten. Dafür gehen wir aber auch nicht so weit auf. Nur 6,3 Kilometer, wenn wir darauf komplett skillen. Das erscheint mir relativ stark. Und wir haben interessante SAP-Granaten mit diesem Abluft-Nebelerzeuger-Kombinationsding dabei. Also, es ist am Ende so ein bisschen wie die ZF6 plus mit italienischen Vorzeichen. Ja, das könnte man vielleicht nochmal da so mit reinbringen. Ich bin jetzt gespannt, wie der DD sich schlägt. Ich denke, auf der Stufe 6 und 7 wird der ziemlich konkurrenzfähig sein. Auf 8 und 9. Naja, da muss man sowieso immer ein Stückchen vorsichtiger sein. Vor allem, weil es dann auch viele DDs gibt, die deutlich besser erkennbar sind, also niedriger erkennbar sind als 6,3 Kilometer auf der Stufe 8. Da ändert sich so ein bisschen das Vorzeichen. Auf der Stufe 7 sind wir mit 6,3, aber ganz okay dabei. Nichtsdestotrotz, auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil 1, 2, 300 Meter sind dann da trotzdem in der Regel noch irgendwo dazwischen. Das soll es jetzt gewesen sein von diesem Zerstörer. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Ich würde mich sehr freuen, wenn es so war, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da unter diesem Video. Kommentiert oberhalb der Gürtellinie gerne konstruktiv. Wenn ihr mit World of Warships anfangen wollt oder mit uns in Verbindung bleiben wollt, vielleicht auch über YouTube hinaus, dann schaut gerne in die Beschreibung. Da gibt es eine Anleitung, wie man mit WoWs anfängt und natürlich unsere Links zu den ganzen Social Media Bereichen, Twitch, Facebook und so weiter. Ich danke jetzt sehr für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Andi. Ciao, ciao.